Guten Tag, da sind wir wieder nach einer kleinen Schnabulier-Pause. Boim! So, jetzt geht's mir auch schon wieder viel besser. Jetzt hat der Jubi wieder seine Pisslaune abgedreht. Ja. Jetzt ist er wieder menschlich-human. Jetzt beleidige ich nicht mehr alle, die nicht bei drei auf dem Baum sind. Ohoho, alle die bei drei nicht auf dem Baum sind? Oh, ich kletter nicht hoch. Wenn du damit klarkommst... Naja, ich meine natürlich, das ist gefährlich. Passt auf. Ja. Das ist es. Jubi, das ist so einer, so ein ganz besonderer, ne? Seine Mama hat ihm immer gesagt, er ist was Besonderes. Wollte ich jetzt sagen, ich bin was Besonderes. Meine Mama hat immer gesagt. Puh, jetzt hier oben aber an den Turm noch was dran zu bauen, wird auch fast ein bisschen schwierig, ne? Der Platz ist nicht so groß. Ja, dann muss man da noch ein bisschen erweitern. Ein bisschen kannst du ja da oben, glaube ich, noch machen, oder? Platzmäßig. Platzmäßig. Ja, das darf jetzt auch nicht kacke aussehen, ne? Ich komm mal schnell hochgeeiert, Moment. Bring mal er damit, bitte. Äh... Reicht ein 44? Ne, ja, nicht so. Aber das, das man da noch ein bisschen was braucht, das ist schon klar, weil ich habe nämlich auch nichts mehr in der Tasche. Alles klar, also ich habe ein bisschen Erde eingepackt. So, wie die Axt, also wie das Zeugs langsam ins Bild kommt. Das ist so lustig, ich finde das total gut. So... Wo fängt die Brücke an? Ah, ich wei grad die Brücke ein für mich. Musst aufpassen, dass du mittig auf der läufst. Das ist ein bisschen doof, aber naja, kommen wir nicht drumrum. Hat Spaß gemacht. Tolle Brücke. Was wird eigentlich da drunter ran? So. Juvie, schauen wir ins Haus. Ja, ich hab's gesehen. Da hat jemand Erde hingeschmissen. Hat jemand Dreck ins Haus geschleppt. Hat sich die Füße nicht abgetreten, verdammt nochmal. Es ist noch Dreck im Haus. So. Muss ja auch nicht riesig sein, ne? Ne, ne, das ist schon klar. Aber ich finde, das sollte halt auf jeden Fall direkt an den Turm anbauen oder anschließen. Das wäre schon ganz geil. Und dann haben wir hier eine Zweierwand. Und wenn wir da drüben auch eine Zweierwand hinmachen, dann reicht das eigentlich schon. So, dann hast du hier einen kleinen Vorraum. Und das passt dann. Also viel mehr muss es ja nicht sein. Das ist ja nichts, wo man lange lebt oder so. Das ist das. Dafür bringst du mal eine Nacht. Kleiner Vorraum mit Bettchen und so weiter. Uff, da kommt der Jubi wieder hoch. Hallo. Also hier im Vorraum würde ich das Bett und so weiter machen. Hier ein kleines Lager. Ein, zwei Kisten oder sowas. Ja. Und überhaupt so viele. Also eine Kiste reicht dir. Eine reicht, ja. Dann passt das. Ich denke auch, das ist dann echt genug. Aber ein bisschen Fenster noch mit reinmachen, ne? Ja, ja. Ich brauche erstmal nur den Grundrahmen. Das Dach lasse ich auch nicht flach, glaube ich. Aber ansonsten, ja, passt das doch. Erstmal bloß den Rahmen basteln hier. Bop, bop, bop. Bop, bop, bop. Bop, 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 bop. Bop, 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 bop. So, okay. Genug dazu, bevor wir hier irgendwie Probleme kriegen. Ich glaube, so schnell geht das nicht. Oh, das weiß ich nicht. So, machen wir das so. Ich glaube, das ist ganz gut. Es geht halt schnell, als man denkt, ne? Da fragen die sofort, how much is the fish? Ja. Das kann passieren. Ja. Das muss hyper, hyper. Naja, egal. So, dann. Hack, hack, hack. Wir hacken alles ab. Hack ab den Kack. Ah, alles weg. Alles muss weg. So, ich habe wieder meine Workbench in der Tasche. Das ist gut. So, ich habe noch eine Schere basteln wir uns mal. Auch wenn da irgendwo, glaube ich, noch irgendwo eine rumfliegt. Nicht gut. Was wäre ich? Ne, das Schaf hier. Hey, du da. Was wäre ich? Ja, genau du. Ne, glücklicherweise war hier gerade ein Schaf, was mir genau drei Wolle gegeben hat. Das habe ich aber kurz geschoren. Ja, ja, geschoren. Mit der Axt, dann hast du es rasiert. Nein, guck, du steht hier unten noch. Ganz nackig. Ich sehe nichts, es ist tot. Da, für die Zuschauer, da ist es. Dem geht es gut. Ich bin gelügt. Du wirst bloß ein bisschen frisch jetzt. Das wird erfrieren wegen dir. Das ist jetzt ein frisches Schaf, ist doch geil. Lecker frisches Schaf. Lecker frisches Schaf. Jetzt steht es bloß im Weg. Schaf, geh mal weg dann. Du bist gerade nicht so scharf anzusehen. Du bist im Weg. Mal kurz ganz sanft auf den Arsch klatschen, dann geht das auch weg. Das geht nicht weg, das fällt runter, Jubi. Hier noch ein bisschen. Dann machen wir einfach hier ein bisschen Erde hin. Schaf, schon wieder im Weg. Was ist denn los mit dir? Das ist kein normales Schaf. Das ist ein im Wegstehschaf. Das ist ein sogenanntes Arschlochschaf. Ja, so. Oder ein Trollschaf, wenn du so willst. Ja, ein Trollschaf, das trifft es, glaube ich, eher. Er rüpft nämlich durch die Gegend und sagt die ganze Zeit, meh, meh, ich bin ein Schwein, ich bin ein Schwein. Boah, hart getrollt. Hallo, also. So hart kannst du auch wieder nicht trollen, ne? Minecraft ist ab 12, weiß ich nicht, 6? Weiß nicht, hätte ich gesagt, auch nicht so genau. Also, härtere Troll-Versuche gibt's halt in der Ab-18-Version. Ja, gut möglich. Die Ab-18-Version ist folgende. Minecraft mit Brüsten. Hm, wäre doch gar nicht so schlecht. Alles ist besser mit Brüsten. Eckige Brüste mit eckigen Nippeln. Geil. Geil. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Da bin ich ein paar Eckige Brüste mit eckigen Nippeln. Finde ich ganz nett. Kann man mal machen. Kann man mal machen. Ja, Entschuldigung, ähm, die Dame, darf man da mal anfassen? Aber sie haben ja runde Hände. Ih, das ist ja pervers. Vielleicht sieht das gut aus, weiß ich auch noch nicht so genau. Ich glaube schon. Ach doch, warum nicht? Und wenn nicht, kommt's wieder ab. Sooo, sick. Äh, so, dann machen wir mal ein Bett. Man? Nein, nur ein Bett. Achso, okay. Ist klar. Ohne man. Oh, schade. Hallo, jetzt da hin. Ja, die Betten sahen so komische drin aus. Jetzt vergessen irgendwie. Kann mich gar nicht mehr dran erinnern, wieso sahen die denn aus? Wie so eine Holzkiste, wo ein bisschen Leder drauf liegt. Achso, so, so eine bezogene Strommatratze praktisch. Ja, genau. Also, bezogen. Einfach ein Tischtuch draufgelegt ist oder so. Naja, Fälle liegen da drauf. Ach, sag ich ja, Tischtuch. Ups, das wollte ich nicht. Ja, ja, red ich raus. Ich wollte sowas. Was ich nicht, dass ich sagen, es zuzugeben. Ja. Genau, so. Da, 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 so, so. Warum falle ich denn hier drunter? Was ist denn heute los? Das ist mit Runterfalltag. Oh, das ist schlecht. So schlecht, Juri. Überall fällst runter. Ja, aber es muss aus der eigentlichen Tage geben. So ist es. Finde ich ganz gut machen, würde er auch. Oh, das kann man nicht. Das kann man nicht. So machen, von der Höhe her. Der Höhe ungefähr. Machen wir auch eine Zwischenebene rein. Zwischen-ebene. Nicht runterfallen? Ich muss wieder Jump-Maps spielen. Ich kann nicht mehr springen. Ja, wie oft haben wir Jump-Maps gespielt? Einmal so. Ja. Da waren wir halt auch geschossen. Zweimal sogar. Einmal wir und dann mit Aska haben wir auf jeden Fall immer noch. Ja gut, aber viel voran ging da nicht. Nö. Aber es übt. Es werde Licht. Uh, Licht. Ja. Jesus sprach, es werde Licht. Doch Petrus fand den Schalter nicht. Ja, genau. Weiß hat er den Schalter fand? War die Sicherung durchgebrannt. Ich habe keine Steine mehr. Oh, ich habe einen Stein. Wirklich einen Stein. Was? D dann ja. Bom, bom, bom. Flachwitze incoming. Was? Keine Flachwitze. So, schnell mal ein Dach hämmern hier. Äh, nicht hämmern, zimmern wollte ich eigentlich sagen. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ist jetzt der Zimmerhämmerer? Ja. Ne, der Hämmerzimmerer bist du, oder? Wird zusammen gehämmerzt. Und gezimmert. Gezimmert. Warum? Warum? Liebespiel. So, okay. Weil ist so. Weil ist so? Schön. Ich dachte, weil es das kann. Dann hättest du drauf vorbereitet sein müssen, weißt du es. Na, vielleicht. Also weißt du, ist ein Tut. Ist ein Tut? Ein Tut, ja. Wow. Das klingt sauber. Nein. Schon wieder runtergefallen. Ich will nicht. Na, Juri, da hättest du ja je gar niemals nichts mit gerechnet, oder? Was, was? Schlagerstuh. Hast du was getrunken? Du wirst für Schlagerstuh, Alter. Eigentlich nicht mehr als sonst. Ja, den üblichen 8000 Bieren. Ja, mein üblichen 8000 Bier, genau. Alles klar, Juri. Läuft. Ja, läuft bei dir. Nee, eben nicht. Bier hab ich gar nicht zu Hause. Okay, der war zu 6000. Entschuldigung. Ich hab kein Problem mit Alkohol. Aber eins ohne. Ja. Das ist wohl korrekt. Ja. Haben wir da mal schnell ein Dach draufgesetzt. Und dann machen wir die aber auch weg. Dann sieht das nicht ganz so doof aus von innen. Mag das ja immer nicht, wenn hier so eine schlossene Decke dran ist hier. Nein, das ist die Schaufel. Das ist die Spitzhack der Saum. Okay, haben wir noch irgendwo Leitern rumflacken? Ähm, nee, ich glaub nicht. Das ist eine Leuchtturmbauaktion. Nee, da sind die Leitern hier alle drin verbaut, aber ansonsten nicht. Hab ich zufällig Sand? Nee, hab ich nicht. Aber könnte ich mir eben einmal hier holen. Äh, weißt du, wo geht's raus? Da. Das ist nämlich gar nicht zufällig Sand. Das nehmen wir einfach mal. Wir nehmen die Sand an. Das Sand vor allem. Ähm, hier ist ein bisschen hässlicher Kackstift. Den nehmen wir mal weg. Schwupp. Ich brauch eigentlich auch nur vier. Kackstift. Aber egal. Kackstift. Äh, pff. Wern Platz mehr im Momental? Doch, so. Ich nehme mich oben jetzt schnell noch Zeugsbrennen. Das finde ich ganz gut. Die Schafe finden das auch ganz toll. So, mach mal das einfach so. Fertig. Ja, das kann man so machen. Kann man's? Wirklich? Ich denke schon, ja. Ups. Hallo. So, da. Klopp. Dann craften wir noch schnell ne Tür. Ne Tür. Ja. Tür. Ach lol, da craftet man jetzt gleich drei draus. Wussten wir das schon? Weiß ich nicht. Kann sein. Deswegen hatte ich dir, glaube ich, neulich auch Türen mit hochgebracht zu deinem Haus. Könnte sein. Also, neulich. Das ist jetzt auch schon wieder 100 Jahre her gefühlt. Ja, so einfach. Ja, wir machen die mal so rum rein, dass sie besser aus. Zack. So, dann. In Wirklichkeit ist es natürlich noch viel länger, dass es her ist. Äh, ja. Wir sind ja auch schon ein paar Jahre alt, da kann das auch schon noch länger her sein. Ja, ja, ganz genau. Da ist, ähm... Da gibt's auch noch einen Ofen hin, damit dem werten Heer hier nicht ganz so kalt ist. Da gibt's auch noch einen Ofen hin, damit dem werten Heer hier nicht ganz so kalt ist.